Es ist mir bewusst geworden, dass tatsächlich aller Anfang wirklich schwer ist. Mein Name ist Ali Reza Afsha. Ich bin Leiter Projekt Abwicklung und zentralen technischen Aufgaben bei der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt. Ich arbeite in Frankfurt und bin heute hier, um das Projekt Abwicklung für die Nassauischen Heimstätte zu fördern und unterstützen. Es gibt drei wichtige Aspekte, die ich aus den vergangenen zwei Tagen mitgenommen habe. Unter anderem ist mir bewusst geworden, dass tatsächlich aller Anfang wirklich schwer ist, vor allem für Gründer. Des Weiteren, dass ein Unternehmen wie Nassauische Heimstätte in der Tat sich leisten kann und leisten sollte, um Gründer und junge motivierte Menschen mit Ideen zu unterstützen und fördern. Aussikalienittel freisierte Menschen mit Deutschland für eine Maurice wie Nassauische Heimstätte in der Tat von der Tat. Vielen Dank.